jo leute und damit willkommen zurück zu planet crafter ja nachdem wir beim letzten mal ja dies automatisch noch zum schluss automatisiert haben alles zumindest soweit dass wir auch alles bekommen können wahrscheinlich fehlt honig das werden wir auch noch mal ändern schauen wir mal und ja bevor ich wirklich anfangen wollte ich einmal was zeigen ich habe so ein kleines spiel rein gemacht ich hatte ja meine kamera beim letzten mal gezeigt diesmal habe ich sowas hier gemacht dann habe ich mein kopf die oder mein kopf also mein kopf avatar wozu ich auch reden kann nur dass ich ihn hier nicht verwende ich wollte mir nur mal zeigen ein bisschen rumgespielt aber ja ich würde sagen ich bin die nummer aus ich muss mal ganz kurz was machen bevor ich weitermache ich muss das programm einmal schließen dafür denn ich habe da noch was ganz anderes wenn alles gut läuft dann sollte ich auch direkt alles drin haben und zwar wenn ich jetzt einmal so macht hallo euch hier noch mal ein 3d modell als youtuber denn ich wollte das mal so machen gucken was man so machen kann das ist eine vorlage die ich genommen habe weil darum und ja aber den kann ich auch noch mal so machen indem ich ihn weg macht dann kann ich ihn dann kann ich ihn noch mal klein hochholen dann haben wir ihn hier unten in der ecke und ja ich gucke dazu im bildschirm rüber kann keine arme bewegen gar nichts das ist aber so ein model der mit bewegung mit kopf und so ein bisschen machen kann und ja ich weiß nicht ich kann ihn hier einfach mal drin lassen dann könnt ihr auch mal sagen was ihr davon haltet es läuft auch flüssig alles kamera track das wie gesagt mit mundbewegung ist weil ich ein mikro aktiviert habe dann passt das wie gesagt wir hatten gerade noch mal honigprobleme normalerweise wollte eigentlich gestern aufnehmen ich habe ein bisschen zu viel zeit rein gesteckt so wie immer wir müssen noch mal rüber die sachen holen gehen einmal gehen wir mal nach hause weil ich hätte schon bock so mit camp zu machen aber naja muss ich auch nicht unbedingt machen da dachte ich mir mit youtube aber tat ich schon länger mal bock ein bisschen rumzuspielen wie gesagt das ist jetzt ein remodel was man heraus suchen kann ich habe ein bisschen die haare geändert im blau also auch so die können generell so ein bisschen was dran geändert ach so ich habe ja mitgenommen das wollte ich ja da reinpacken cool was ich einmal machen kann ich mache hier die nachfrage aus angebot mache ich mal kurz an dann sollen sie es einmal rausholen wenn sie zeit dazu haben und dann machen wir jetzt wieder umgekehrt weil dann haben wir drüben was dass sie die sachen herstellen können und ja auf dem pulli habe ich auch noch mal also der pulli war nicht so standardmäßig dabei bei dem den ich da genommen habe sondern habe ich dazu gefüllt und dieses set 3 habe ich einfach mal rauf gekriegelt ganz kurz wie ich gerade so bock hatte und ja guck mal jetzt kommen sie einmal abholen die sachen sollten sie eigentlich genau ja das ist sehr gut dann holt man kurz die sachen einmal ab wie gesagt dann ändern wir dass wir das wieder voll gemacht wird für die rakete dass da weiter voll gestopft wird und was mir eingefallen ist wir haben doch noch eine rakete freigeschaltet die ich noch nicht gestartet habe weil bevor wir wirklich ende machen haben wir noch einiges zu machen also nicht ganz einiges wir müssen die ganze kohle zusammenkriegen 112.000 haben wir gerade und zählt noch so ein bisschen aber ja so das sollte über die frauen ich würde das noch bauen das wollte ich noch bauen das wollte ich noch bauen dann haben wir davon auch schon mal was dafür brauchen wir halt naja dass das baumrinde das und wahrscheinlich die sachen dann zum reinstecken wir haben eigentlich alles gebaut ja haben wir genau wie gesagt die rakete ist die einzige die ich noch nicht gestartet habe weil ich die total vergessen habe ich weiß auch nicht warum werden wir nämlich machen dann mal dafür müssen wir einmal rüber darüber haben wir noch ein bisschen dna obwohl so wirklich brauchen wir das nicht mehr aber wir können das halt trotzdem pushen gehen ich wollte aber nach oben so zeigt mal wie viel habt ihr rausgenommen ja normalerweise ist okay wenn ich das rausnehmen dann na gut ich mache fünf war priorität aber ich wollte auch die karte gehen ich idiot gut dann warten wir erstmal nochmal bevor wir was machen weil wir halt unbedingt wenn ich da ein bisschen rüber gucken momentan ist also inhalt aber auch ausblenden sack tschüss und wieder hallo ich lasse wirklich mal drin es ist nicht zu aufdringlich und eine ecke würde ich sagen also passt das auch ganz gut wie gesagt ich habe den bisschen abgeschnitten ich könnte in der regel habe ich den auch wie gesagt abgeschnitten aber ich glaube nicht nach unten ich habe den einfach nur doch ich könnte den in den programm einmal wenn das gehen würde der ist so groß ich dachte mir aber man kann es halt so machen es ist ja gerade ein bisschen größer aber ach schon so machen wir wieder so machen wir so das bin ich einmal wieder beziehungsweise kann ich auch einmal so machen ich hatte ein bisschen probleme zu anfangen weil das nicht so wollte wie ich wollte aber deswegen habe ich auch so lange rum dann rum gesessen als ich wollte wie gesagt eigentlich wollte ich den tag vorher aufnehmen aber naja manchmal ist das eben so aber finde ich nicht schlimm 2 4 6 stück brauchen wir von denen das meiste habe ich hier und hier drin also 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 herstellen können wir selber wenn ich wollte aber ja nö drüben müsste noch eine haben glaube ich ne dann gehe ich gleich nochmal kurz rüber gucken ob wir drüben eine haben denn wir müssen so so rüber so oder so wenn wir drüben noch eine haben dann stelle ich nochmal eine her und ja 8 minuten gerade mal wie gesagt dann starten wir die 2 davon dann bauen wir das was mir das auch nochmal zeigt mal wie viel sind raus ok das dauert ein bisschen scheinbar haben wir doch ab und zu so wenig drohen aber ja ich wollte hier gucken nee das war nicht das das war das ding hier tiere haben wir halt bei 3,5 kt gerade mal na gut insekten halt auch ne obwohl tiere werden schon ganz schön gepusht insekten werden nicht ordentlich gepusht im ganzen ja vielleicht könnte ich auch nochmal raketen hochst generell raketen starten lassen dass wir so ein bisschen mehr da was machen können ach hier habe ich auch noch was drin hier habe ich auch noch welche drin stimmt ja ich habe die überall verteilt gehabt warte mal eigentlich könnte ich doch ah ich verstehe ich verstehe ich verstehe Angebot das einmal und das 200 Token sehr schön und das da da sind sie schnell die raus holen grad oder wie ist das naja naja ich weiß nicht wie er das mit dem Faxen oder so macht ich habe das noch nie richtig eingestellt komplett aber momentan ist halt auch noch die Kamera ich habe eine Logitech C922 also nicht die allerbeste ich bräuchte wahrscheinlich nochmal eine bessere Kamera dafür habe ich sowieso vor gehabt mir nochmal eine neue zu holen dass das ein bisschen besser mit dem Tracking ist ich könnte mir auch so ein Teil holen dass ich halt die Arme bewegen könnte dazu wäre wahrscheinlich auch nochmal lustig aber ja erstmal starten wir die Rakete ich mach mal ganz kurz was da sind einfach Fische drin da sind einfach Fische drin schade dass man das nicht so raus machen kann deswegen muss ich einmal so machen gut dann würde ich sagen starten wir mal die Fischrakete obwohl das Tier DNA ist komme ich da ran ja starten die Faxen die man damit machen kann ey ich mag es aber sogar yay tschüss ok dann starten wir die zweite gleiche ja ja und tschüss nie nie schade hat nicht geklappt tschüss toll würde ich jetzt bewegen können hätte ich gewunken toll man konnte das bei der Minecraft Figur irgendwie machen mit dem ich lass das nämlich über die Nvidia Karte sogar tracken was auch ist halt noch in der Alpha momentan aber ist ganz cool Qualität war sogar bei dem Model auch irgendwie ein bisschen unscharf habe ich die Chef wieder reingesetzt konnte man halt auch machen das aktiviert sich einfach so ne ohne dass das anfängt staubig zu werden naja oh ich glaub der Honig ist leer das ging ja mit einmal sehr schnell machen wir so Nachfrage machen wir auf 1 hmm wollen wir mal gucken wir gehen mal gucken so Tiere ist 1 2 3 1 2 3 19 Millionen 445 ne 19 was 19 Millionen ne 19 Millionen 445.178 okay ich bin grad ein bisschen lost im Kopf aber so wie immer kennt man schon 1 2 3 1 2 okay wir müssen Insekten nochmal machen ja Pflanzen aber auch nochmal Insektenrakete und Pflanzenrakete würde ich auch einfach nochmal hochschicken wir müssen das einfach nicht mehr machen weil wir schon voll terraformiert haben aber es läuft ja trotzdem weiter eigentlich ne deswegen und solange wir noch nicht die gesamte Kohle zusammen haben ist so ja ok ich wollte das doch eigentlich naja ablegen was ich machen kann nein falsch das hier dann können die es rüberbringen das ist auch so voll jedes mal ne ich will gar nicht wissen wie drüben die Kisten sind ähm die Schränke meine ich ich habe ja von jeder Sache zwei aber es geht halt relativ schnell mit dem Lager füllen deswegen wie sieht das hier aus ja die Rakete ist wahrscheinlich wieder weg aha aha ach ach ja das habe ich auch mit dran gemacht ok aber doch nicht keine von den ganz seltenen ne die kommen auf und zu auch da drin aber das ist bestimmt wieder verstopft oder es wird mich halt nicht wundern dass man das nicht wieder verstopft die habe ich drin na die weiße ja ok die habe ich auch drin ok 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 ach guck mal ihn an ach ne doch ne weil ich dachte ja aber eben darüber hatte ich doch auch immer noch eins gesetzt ne oder nicht ne hatte ich doch nicht haben wir das Ding genau naja na gut na gut wenn ich eh schon hier auf dem Weg bin dann fliege ich kurz rüber ach ne ich wollte was gucken bei den Drohnenstationen ob eigentlich alle grad belastet sind oder nicht das frage ich mich grad so dann zeig mal da sind keine drin die sind halt gerade alle unterwegs ne alle ok ok ja ähm ja eigentlich haben wir wie gesagt alles soweit gebaut hm wir haben auch noch gar nicht alles geholt ne genau alles was man nicht mitnehmen kann und bevor ich das schon wieder vergesse mach einer mit ich vergesse das sowieso jedes mal wieder warte mal ach das Ding ist ja schon wieder voll hab ich das nicht ich glaub die Idee ist voll ne deswegen ne ist sie nicht ich hab's ausgestellt oder ich glaub ich hab's sogar ausgemacht gehabt Dünger wird noch produziert Lapida wenn da was da ist die werden wahrscheinlich immer noch hergestellt genau die Laufen fehlen das ist das Problem da drin naja jetzt wird nur das grad hergestellt ne ok na ne haben wir ja grad momentan genug ich hab grad überlegt was hatte ich hier ähm Uran gut lass ich die jetzt mal wieder herstellen was hatte ich hier die wenn was da ist dann lass ich jetzt mal herstellen und die ja genau was ich mich grad frag die Kisten können ruhig grad voll laufen weil dann haben wir da die Prötet hoch dann sind sie voll ich frag mich nur grad ähm das haben wir das haben wir das haben wir gut hiervon haben wir immer noch nicht so viel ne ähm ist halt das was fehlt das fehlt halt am meisten Problem ist ja nur dass wir hierfür Iridium Stäbe ganze Zeit brauchen obwohl jetzt braucht er die momentan ja nicht mehr hier stellt er die dafür nicht mehr her ähm dann kann ich auch erstmal wieder ausmachen eigentlich man darf hiervon weiter her stellen ruhig wenn was da ist ich glaub das nicht eine ganze Reichweite nach hinten sondern nur bis zwei Stück oder so aber sonst ja dann kann das hier auch erstmal wieder voll laufen alles ja na geht gleich wieder was weg ja da war einer weg bringt kurz was dann geht das leer dann brauchen wir unbedingt noch mehr ne von denen brauchen wir unbedingt noch mehr vom Uran ähm ne iridium mein ich sorry wie viel haben wir denn hier stehen überhaupt nochmal thomas eisen thomas eisen thomas eisen thomas silizium silizium iridium 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 so 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 die 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 Mist äh silizium rieb die titel auf gestellt ich mach' die priorität mal hoch weil wahrscheinlich das da dann dass einiges hat nicht rausgeholt wird zack das habe ich auf 5 gestellt, genau hier habe ich, glaube ich das ist so Silizium zack zack kann ich hier mal alles rausholen Eisen ich mache doch einfach mal nur Eisen rein, ich glaube das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn du mehrere Sachen drin hast, was ist jetzt die Priorität und was nicht Eisen weil momentan haben wir Eisen ok ist das hier auch reingestellt das ist so reingestellt das ist so reingestellt das ist so warte mal, ich mache mal so mal wieder so ok, Silizium ist nämlich raus das hatte ich so das hatte ich so die sind immer halt ein bisschen langsamer eigentlich, ne, aber ja ja, ja mh ok kleinen Moment ich mache mal auch hier einmal nur das warum habe ich die Priorität eigentlich bei den hochgestellt das frage ich mich gerade wirklich mh, hier kriegen wir alles genau ich mache Priorität 5 und hier mache ich dann auch mal Priorität 5 wir können uns noch ein paar Drohnen herstellen, will ich sagen weil lieber zu viel als zu wenig ja ja lieber zu wenig als zu lieber zu viel als zu wenig genau hier ist nämlich auch leer dann sind sie nämlich überall unterwegs gut schauen wir mal, wie viel wir herstellen können Lager mach ich mal so gut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 also 1 2 3 4 1 2 3 4 ok hier wird 2 rein können wir voll knallen mh zack dann Leiterplatin so dann Superlegierung und dann noch Schwarzpäufer könnt ihr es auch noch so machen einmal einmal so und die nochmal 1 zu zack und zack hätte das nicht einfach noch eine zweite Reihe sein können naja egal egal weil ich glaube die sind auch so priorisiert zugewiesen die Drohnen oder oder wie ist das weil dann würde ich hier nämlich nochmal hier herstellen einfach alle instant unterwegs ne instant wir haben wirklich zu wenig Drohnen viel zu wenig ok 24 Minuten guck mal dass ich nicht zu sehr überziehe dann kann ich mir ein paar mehr Folgen noch machen ok da habe ich auch alle eingestellt ne genau habe ich ja nochmal neu gemacht gehabt und hier auch die ist voll warte mal ähm ich habe die nicht drin ich stelle das mal lieber dann nochmal neu ein äh so ok ich schaue hier auch nochmal lieber nach beziehungsweise ich lösche das auch nochmal raus ähm kann sein dass ich da nicht nochmal neu gemacht habe aber sicher sicher ich mache eigentlich gerade Faxen und quasi rüber zu gucken und ich da was sehe aber ja so 300er ja können so viele Schmetterlinge noch aussetzen dann bräuchten wir normalerweise eigentlich keine Raketen hochschicken gut Multiplikator war hunden 1000 oder so ne und so ne Farm hallo ups mitten ins Gewisch rein ey so ne Farm war ähm ich nehme mal kurz raus ok 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 1,92 kg ja es ist schon lustiger wenn wir weil wir haben so viele dass wir davon eigentlich noch mehr setzen können ne übrigens waren das nicht die letzten Runde ich jetzt bauen wollte so ein paar mehr wären es noch mhm den, 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 den den mache ich hier nämlich immer so obwohl ich mache es mal so weil sonst komme ich durcheinander zack dann mhm, mhm, mhm dann hier noch dann nehme ich da noch eine raus da nehme ich noch eine raus hier noch hier nehme ich noch raus so ich gehe trotzdem nochmal rüber weil ich will nochmal drüben welche herstellen ähm mhm mhm so wie viel haben wir denn gerade unterwegs insgesamt 123 naja geht ja mehr ne werden die eigentlich auf alle aufgeteilt und machen die hier und da jetzt machen wir einfach einfach 69 68 63 62 angebot 61 jetzt gehen alle nachfrage 70 74 72 okay das ist sehr gut 134 drohen haben wir jetzt und ich kann auch welche bauen mhm wenn wir halt welche haben dann haben wir welche ne das ding ist schon wieder voll ey ich will mal ganz kurz was nachgucken wie sieht das aus so wie das okay jetzt geht es schneller wir müssen gucken dass wir auf jeden fall noch mehr iridium ran kriegen noch viel viel mehr moment noch mal kurz rausbannen so wie immer wenn ich sage ein kleiner moment das war so ein bisschen nervig ist momentan oder schon die ganze zeit super lichterung schau nö ist einfach nur normaler ne meteoritnischer okay na gut es rumpelt das erstmal wieder im karton es rumpelt im karton es rumpelt im karton keine ahnung wie genau das lied geht von ice.de das war so bescheuert ach ja so hiervon noch mal na klar okay aber seht ihr gerade wie schnell das geht wie fleißig die gerade sind das ist der hammer ey da wir halt noch mehr Drohnen haben ne äh hiervon noch hiervon noch so dann haben wir das nochmal ich geh nochmal rüber obwohl ich kann hier auch nochmal welche bauen ne wie gesagt momentan ist das ding nicht voll momentan haben die viel zu viel zu tun sehr viel zu tun sogar 145 ich hab schon gelesen dass einige irgendwie um die 250 stück haben ich hab mich grad gewundert was für ein schatten war das sah aus wie kurz hingekriegt so wie so ein drache oder so war das sind die grad wieder die raketen die hochgehen dass da wieder was losgeschickt wird vor allem wenn man bedenkt wir haben ja noch die sache oh gott ey wir haben hier die felder ne wir haben hier einfach das große feld überlegt das mal das sieht aus und da müssen die ja auch diese sachen holen ne deswegen lohnt es sich dass wir halt noch mehr Drohnen haben wie ist das eigentlich geht das sogar schneller wenn wir da eine Drohnstation hinbauen würden ein frag für ein freund ach was labe ich da eigentlich ich mach's einfach ich frage ist nur wie viel energie haben wir noch hier leider kein energie terminal terminal zu stehen wir haben hier die tafeln ja aber dann würde ich einen tisch brauche ich dafür und einen energiemonitor würde ich hier hinsetzen ja ich werde auch einfach den satelitmüllschirm noch in die klatschen so dann brauchen wir mal drei eisen einmal die schenke die ganze zeit voll sind und gleich wieder schwupp wieder voll sind 1 2 3 würde mich halt nicht wundern wenn das ne davon brauchen wir nix wir brauchen silizium 1 2 wir brauchen Magnesium 1 wir brauchen einmal Osmium Osmium geht gerade schon wieder leer ne ach man ich seh grad wir brauchen was ne ein Kampas ne ah naja ich ach ich wollte mehr als einen Tisch hinstellen ne obwohl brauche ich ja gar nicht das brauche ich ja nicht ähm ich würde den direkt hier vorstellen können wir einmal den energiemonitor hinstellen den würde ich einmal hier platzieren drehen wir einmal ach ja 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 zack wie viel Energie Peter also nach 187 haben wir noch ein bisschen wenig ne das ist gerade ein bisschen wenig wie weg ist das Ding wie weg ist das Ding so wir brauchen noch so ein Chip dafür gehen wir mal kurz hier ran komm was war das ja brauchen wir nochmal Silizium dazu habe ich das nicht gerade rausgeholt Silizium wie sagt ihr Eisen ist aber schon wieder voll ne nein zwei davon Magnesium zack so stellen wir das Ding einmal her schwupp dann platzieren wir das Ding einmal den Satellitenbildschirm so gut 15 haben wir davon davon haben wir gerade mal 12 Pflanzenraketen haben wir auch 15 Stück drei Insektenverteilerraketen und zwei Tierraketen Streuraketen ja könnte ich ja normalerweise so machen dass wir von denen halt auch noch mehr hochschießen ne und ja ich weiß ich pass auf gleich hey ich verdurste gleich manchmal naja manchmal manchmal blub blub ähm ja dum dum hier haben wir noch eine drin 1 2 3 ein Superstab zack und hiervon ein Star ok dann gehen wir mal kurz rüber Wasserfall wupp hallo wie sieht's aus ja guck wie groß die wir einfach werden ne guck mal man kriegt halt auch DNA von denen wenn man die streichelt hallo na du na kann halt viel mehr dann dadurch noch machen hier wird sogar raufpassen das Ding oder natürlich passt das hier rauf aber wird's hierhin stellen ja ja nein ich bin auch manchmal zu dumm kann das sein ich hab vergessen dass es doch so rum war warte mal ich mach das nochmal kurz ich drück immer die falsche Taste ich liebe es nicht es hänge wahrscheinlich gerade ein bisschen rüber aber nö ok ja hier ne ja ach komm das ist nicht schlimm kann ich hier nochmal das Thron rein platzieren 37 Minuten schon wieder Junge ja ich mach die Folge nicht so lang ne von denen können wir halt auch noch welche hier einbauen ne Lämmersamen hm naja aber ich würde sagen bevor ich hier dann weitermache werde ich erstmal die Aufnahme bennen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Minecraft Dark RPG Minecraft Dark RPG ich hab sie echt nicht mehr alle gerade na gut dann würde ich sagen dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Planet Crafter bis dann tschau tschau